hallo liebe und ganz herzlich willkommen hier auf meinem kanal ich habe heute einen beauty haul für euch und zwar seht ihr mich dieses mit diesem gesicht etwa zweimal weil ich diesen beauty auf zwei teile teilen musste weil ich mir seit langer zeit auch mal wieder was für mich gegönnt habe ich habe jetzt locker drei monate nichts mehr in der richtung großartig gekauft weil ich ehrlich gesagt ganz unabhängig von der schwangerschaft einfach irgendwie gar nicht so weiß ich nicht irgendwie geile sachen im auge hatte und habe jetzt für euch einen beauty haul einen dm und primarkt dann werden wir dieses video schließen und ich werde euch dann nächste woche den zwei oder nächste woche beziehungsweise vielleicht auch am sonntag das kommt ganz darauf an wie ich es hinbekomme und am sonntag den zweiten teil von revolution.com da habe ich vom make up revolution package die neuen releases gekauft direkt von der seite und ich muss euch auch gleich was über diesen highlighter sagen ich bin sowas von obsessed mit dem highlighter und dann habe ich noch ganz ganz tolle produkte von color pop endlich bekommen es hat ewig gedauert und ich hoffe dass ihr auf diesem auf diesem kanal euch sehr sehr wohl fühlt und wie gesagt es gibt auch da hinten bald einen baby haul ich habe schon massiv gerne und viel für unseren zwerg eingekauft ich weiß noch nicht ob es ein mädchen und junge wird aber wir haben jetzt schon also ich bin jetzt in der 15 und halbsten woche also das heißt fast in der 16 woche und wir haben jetzt mal angefangen ganz vorsichtig sachen zu kaufen es steht auch schon ein baby bett das haben wir bei ebay kleinanzeigen gefunden leute weil wir eigentlich uns in ein ganz tolles bett von ikea verliebt hatten weil es aber von dem style uns total gut gefallen hat und wir haben die stadt für 150 glaube 50 euro da war auch eine matratze drin wir haben uns aber für eine sehr gute matratze entschieden die hat sehr gutes geld gekostet aber wir haben uns einfach ein bisschen beraten lassen bei baby one also das ist jetzt so meine adresse wo ich gerne hingehe und aber das wird man separates video gehen gebt diesem video bitte bitte einen daumen nach oben und auch dem zweiten teil ich versuche wieder regelmäßig hochzuladen es ist halt einfach nur sehr sehr schwierig die letzten tage hat gefühlte 50 grad bei mir in der wohnung gehabt es war unmöglich irgendwas zu tun und ich hoffe ihr versteht dass die große spuckerei phase ist glaube ich jetzt erst mal beendet ich habe jetzt erst mal ein bisschen mehr ruhe und zeige euch jetzt in aller ruhe was so schöne items sich mama gegönnt hat beginn möchte ich meinen hall mit beautybay beautybay ist ja praktisch eine ich hoffe solange dieses komische uk abkommen da noch nicht durchtritt ja das ist halt so dass ihr vielleicht mal irgendwann schwierigkeiten bekommen möchtet werdet bei beautybay ich habe beautybay ganz lange auf einen sale gewartet aber ich glaube aufgrund dieses ja grenzproblematischen problems dort in großbritannien dass die ja praktisch sich separieren möchten ja ist es einfach so dass beautybay wahrscheinlich ist gar nicht mehr für nötig sieht jetzt noch einen rabatt rauszuhauen weil wir werden eh alle dort kaufen wie die behinderten weil irgendwann kommen wir an die sachen halt nicht mehr ran und beziehungsweise müssen dann halt zahlen wie wenn ihr aus den aus amerika was bestellt und das sehen die meisten halt nicht ein und ich zeige euch sehr sehr gerne was ich dort gekauft habe ich habe wie gesagt in dem teil jetzt beautybay und du glas und im nächsten teil zeige ich euch revolution ich drehe das aber alles zusammen und separieren die videos weil es einfach sonst viel zu viel wird leute weil es ist wirklich so massiv viel also ich habe wirklich mal wieder die schönsten releases rausgesucht und auch ganz tolle sachen vom primark gefunden und wir fangen jetzt mal an mit der gemini palette das ist vom melt cosmetics melt cosmetics ist auch eine indie brand die sehr sehr teuer ist also ich finde das nicht billig wie die also ich glaube die hat etwas über 50 euro gekostet das ist das packaging die gemini palette also die zwillings palette ist von melt cosmetics melt cosmetics wenn ihr euch das nicht sagt ist praktisch diese marke wo ihr diese stacks kaufen könnt so ein stack kostet auch ein bisschen mehr wie 50 euro ist aber qualitativ unfassbar hochwertig ich weiß dass da viele von euch das nicht verstehen aber auch als werdende mama muss ich euch sagen ich liebe kosmetik und es gibt halt einfach von jedem mädel einfach ein hobby und ich finde zum beispiel weil ich jetzt einfach etwas mollischer bin ja bin ich jetzt trotzdem heute bin ich auch ich bin grundiert ich habe die augenbrauen gemacht habe einen superschönen highlighter aufgetragen den ich euch gleich zeigen werde und ich bin momentan einfach so natürlich unterwegs und ich muss auch sagen bei 30 grad backt mir alles fest dass ich trotzdem euch diese palette zeigen möchte ich werde die diese allerdings nichts watchen weil ich darüber einzelne videos machen werde einfach mich mal damit schminken und euch demonstrieren und zwar ist das ein solcher colorscheme die palette war viel größer wie ich es wie ich es mir gedacht hatte eine unheimlich schöne palette er wie gesagt swatches werde ich jetzt nicht unbedingt zeigen weil da gibt es noch andere paletten ich euch gerne zeigen möchte wo ich halt immer separate videos jetzt drehen werde auf jeden fall ist es eine sehr herbstliche palette ich trage allerdings solche kaki töne unheimlich gern ich zeige euch nur einmal diesen swatch das ist unfassbar wie krass pigmentiert das ist das ist auch so ein eyeshadow der sich hat unfassbar schön einblenden lässt ich habe von raw beauty christie das ist praktisch eine youtuberin aus amerika so geile sachen darüber gehört aber mal cosmetics war für uns hat nicht zu erreichen jetzt haben sie es rausgebracht ich bin sehr dankbar darüber ich liebe diese palette jetzt schon weil ich aber die farben so geil finde und ich weiß schaut mal ich sehe seht ihr praktisch auch das colorscheme ist wirklich super neutral ihr könnt praktisch hier ganz normale schnitt ein bisschen abdunkeln dann geht ihr hier in die grüne gelbliche richtung ich finde sie sehr sehr schön und ich weiß dass sie gut sein wird war ich bin von dem stack auch so begeistert die haben eine unglaublich wenig fallout haben die und eine sehr sehr schöne struktur dann habe ich hier von wet and wild bei wet and wild werde ich aber demnächst etwas weniger zu lang weil da gab es einen ganz großen skandal die sind nicht mehr cruelty free weil die halt doch in china verkaufen haben aber immer gesagt dass ich es nicht tun ich habe mir jetzt trotzdem diesen einen losen highlighter gekauft den werde ich in einem get ready with me nächste woche euch zeigen wie gesagt ich werde mal so ein paar produkte zusammenpacken und dann werde ich euch so ein bisschen meine nicht first impressions sondern halt so eine also ein demo video von einem make-up look weil ich fange mich jetzt eigentlich schon ein bisschen am meer zu schminken weil einfach diese übelkeitsfaser so ein bisschen verschwindet gerade bin ich jetzt sehr dankbar drüber und deswegen fange ich jetzt wieder an das ist ein loser highlighter leute und das erst kein spaß nein das ist nicht dieser den ich trage das ist richtig heftige scheiße sage ich euch der kostet glaube fünf euro irgendwas ja unglaublich schönes produkt und den highlighter den ich jetzt trage der ist und jeffrey stars neuer jawbreaker kollektion und zwar ein supreme supreme frost in der farbe diamond wet ich habe von der von dieser kollektion noch gar nichts gekauft gehabt beziehungsweise von diesen supreme frost weil ich habe gesehen dass die eine sehr glitzerige basis haben das seht ihr auch im pen wenn ihr ganz genau hinseht ihr das da ist überall ein bisschen glitzer drauf ihr müsst sehr vorsichtig damit sein ganz wenig davon abnehmen und dann praktisch einfach drüber geben ich sag's euch das ist ich muss euch sagen ich stehe eigentlich überhaupt nicht auf glitzer ja muss aber sagen dass der highlighter halt wirklich unglaublich schön ist das ist ein highlighter der eine ganz starke glitzer basis hat aber nicht so einen starken hintergrund eine basis aber halt wirklich beaming ist ja also unglaublich schön ist ähm und ich wirklich sagen kann mir gefällt ja wahnsinnig gut meine nase leuchtet und ähm ich habe jetzt ein bisschen gewartet bis es dann eine gescheite farbe gab weil ähm es gab bis jetzt immer nur so ganz freaky gefahren es gab auch ein sehr sehr geiles grün davon aber sowas würde ich mir höchstens kaufen im sale aber der kostet halt auch um die 30 euro wie gesagt es ist ein beauty haul wo sowohl günstig wie auch teuer dabei sind ähm meine meinung dazu sage ich euch aber dann in kommenden videos weil ich habe jetzt praktisch so viele kollektionen durcheinander eingekauft das wird echt anstrengend sonst dann habe ich die jeffree star jawbreaker kollektion natürlich werde ich äh ob schwanger oder nicht immer jeffree star kollektionen kaufen mein gott die nase leuchtet ja übel ähm und ich habe mir die jawbreaker palette gekauft dazu wird es ein separates video geben wie ich sie finde ähm ich finde halt einfach jeffree star ich liebe ihn ich mag den unheimlich gern ich habe alle paletten von ihm ähm und sind sehr alltag für mich sind die alltagstauglich weil ich habe zum beispiel mit dieser farbe einen super krassen blauen eyeliner schon gezogen war bei meiner besten freundin und ähm der ist auch qualitativ sehr stabil muss ich sagen also ich versuche es euch mal zu zeigen die ist wirklich knacke bunt ja ähm sind sehr viele metallic finish dabei glitzer finishes und ähm ich finde auch seine farbkombination immer irre irre schön und da werde ich auf jeden fall ein video zu machen das dauert jetzt allerdings ein bisschen also ich werde jetzt ähm so mal ein paar items zusammen tun gerade die items von der dem haul den ich euch jetzt zeige äh beziehungsweise danach ähm den werde ich euch alles zusammen es ist so ein drogerie haul dann habe ich mir noch zwei farben der neuen liquid ähm liquid wie heißen die liquid below lipsticks ähm das ist einmal die farbe er ist so ein korall ja so richtig schön die farbe heißt strawberry crush und dann haben wir hier noch die farbe fully nude ähm ich finde die farbe sehr sehr schön aber ich trage die farbe nur mit einem dunkelbraunen lip liner und schön nach innen ombre und so nicht dass es so ein bisschen nach leichelippe an aussieht aber wie gesagt das sind die sachen die ich von beautybay geholt habe ähm das ist trotz allem dass es sehr wenig ist trotzdem sehr sehr viel geld gewesen also das hier ist praktisch mein beautybay haul ähm das muss jeder selber entscheiden wie gesagt ich habe zum beispiel auf die gemini palette die war ausverkauft dann kam sie wieder dann war auch zufällig jeffrey stars kollektion da ähm ich selektiere aber sehr wohl aus was ich gerade trage highlighter ist etwas was ich sehr sehr oft trage also trotzdem dass ich struktur habe ähm ich kann halt durch meine schwangerschaft nicht viel machen weil ich halt einfach pickel habe und das ist für mich auch sehr unangenehm leute das glaubt könnt ihr mir glauben aber wir kommen jetzt auf jeden fall zum blub douglas teil und zeige euch sehr sehr gerne was ich dort eingekauft habe bevor ich den douglas teil anfange zeige ich euch geschwind was ich tolles im primarkt entdeckt habe und zwar habe ich eine find your inner mermaid highlighting palette gefunden und zwar sieht die so aus ich habe die im laden geswatcht und fand die so schön also das war richtig geil seht ihr das ich fand die heftig ich finde die wunder wunderschön also ich habe die im laden geswatcht ähm ich finde auch das packaging super schön so eine old school charakteristik mariel fabius und also das ist jetzt nicht so ich sag jetzt mal gefälscht schön das ist jetzt einfach ein wunderwunder die sind etwas krümelig die highlighter aber die verschmelzen unglaublich mit der haut ich habe mir im laden da was aufgetragen und habe das dann gesehen mit dem ganzen schweiß hat sich das super schön die verpackung sieht auch so toll aus die highlight palette hat acht euro gekostet und ich muss sagen die primark gesichtsprodukte sind unglaublich gut ich habe mit den highlightern noch nie probleme gehabt ich habe auch augenbrauenprodukte dort schon mal gehabt lippenstöchte trage ich grundsätzlich nicht von günstigen marken bzw von marken die nicht geprooft sind bei uns im laden oder so das mag ich jetzt nicht und ich habe auch jetzt auch noch beim beim dm vier sachen gekauft und zwar habe ich von der berry me highlighting edition habe ich jetzt diese zwei farben geholt und zwar einmal berry on mind und berry vibes das ist hier so ein ich würde sagen normales champagner und das ist hier praktisch so ein rosa ich habe das als blashtopper benutzt und das habe ich jetzt auch schon benutzt sehr sehr schön beides hat auch einen ganz ganz dezenten duft ich mag essence highlighter sehr sehr gerne sind super super schön und dann kommen wir auch schon zu einem douglas teil ich habe mir diesen goldenen baked highlighter gekauft denn die formulierung fand ich wirklich sehr sehr gut ich finde die formulierung der baked highlight das unglaublich gut ich finde nur dass die farben nicht immer so super sind weil viele davon passen halt einfach nicht und da muss ich einfach sagen mir gefällt der heftig ich habe den bei hati gesehen aber hati die schmidt und habe gesehen dass er wirklich sie auch sagt von der formulierung sind die wirklich bombe problem ist halt nur dass er praktisch nicht immer die richtige farbe trefft also wenn jemand wirklich einen ganz tollen bräunlichen unterton hat und sehr sehr dunkel ist muss ich sagen ist es ein super schöner highlighter er lässt sich unglaublich butterig auftragen und apropos butterig ich habe fünf von diesen neuen l'oreal singles gekauft und zwar sind das so art total gel formulierte lidschatten die ich auch schon alle benutzt habe die finde ich ein echter geheimtipp ich finde die farben sehr schön ich habe hier so ein grün ich habe hier so ein ein rosé wie gesagt das grün ich habe hier das gold das habe ich schon ganz oft getragen und zwar als highlighter auch und dann habe ich noch zwei matte farben das ist einmal hier die farbe ferro rishes und das habe ich die farbe 1 glaube ich sehr sehr buttrige formulierung super schön auf den augen lässt sich auch ganz ganz zart und leicht einarbeiten die glitzerntöne mache ich zum beispiel manchmal auch nur ins inner corner direkt ein bisschen hoch und das war's also ich finde halt das hat aber auch nichts mit mommy looks zu tun sondern es hat einfach damit zu tun dass du einfach so ganz mehr darauf achtest was du halt brauchst zum beispiel apropos packaging das ist zum beispiel die jawbreaker palette ich habe das packaging mal für euch behalten wie gesagt das gemini palette und von den anderen und die supreme frost da habe ich jetzt nur damit ich euch mal zeigen kann super geile neonfarbene verpackung ich bin halt echt so erstaunt darüber wie viele geile farben es mittlerweile eigentlich gibt und ich habe jetzt noch eine absolute pflegeempfehlung einmal für die heißen tage das urban decay all nighter setting spray ich habe das jetzt einmal leer gemacht ich muss sagen er hat jetzt locker ein jahr bald gehoben weil ihr gebt da wirklich nur ein bisschen was drüber habe aber dann noch ein backup von meinem prime and fine anti shine fixing spray geholt leute das geht aus dem sortiment raus was ich eine katastrophe finde weil das hat wirklich ich zeige es euch mal einen wirklich ultra feinen mist also ihr seht dass eure haut anfängt die shine zwar aber nach einer zeit geht das komplett weg und ihr habt wirklich eine unglaublich schöne haut und apropos schöne haut muss ich euch eine super krasse empfehlung skincare ist ein thema was ich sage ihr seht ja zum beispiel hier ich habe hier totale unebenheiten und hier ganze fresse runter dann hier praktisch am hals habe ich ein paar pickelchen das ist halt hormonell bedingt dafür kann man nix dafür könnt ihr nur diesen kleinen zwerg hier dafür verantwortlich machen und ich habe die neue zeige also für uns für mich ist es neu zeige per derma green solution tiger grass color correcting treatment diese creme kost 39 95 bei douglas die habe ich ebenfalls von hati schmidt geholt und zwar hati hatte das jetzt mal irgendwann erwähnt dass sie das halt an sehr heißen tagen zum beispiel aufträgt und sie eigentlich mit dem ergebnis total zufrieden ist und was hati eigentlich so vorschlägt muss ich sagen hat meistens immer hand und fuß und ich bin eigentlich meistens immer mega begeistert von ihren also von ihren sag ich mal recommendations dass ich wirklich jetzt ausprobiert habe ich habe eine meiner engsten freundinnen die hat wirklich wahnsinnig sensible haut und die hat das zeug sich auch geholt und es ist wirklich unglaublich auf ihre haut aus gesehen sie darf eigentlich sie kann gar kein make up tragen sie ist sehr sehr sensitiv ich zeige euch das nochmal wie gesagt das ist eine creme die sieht so von innen aus ja die ist auch jetzt schon gut benutzt mittlerweile wenn ihr zum beispiel schwanger seid oder einfach sehr sensible haut momentan habe also meine haut ist nicht sensibel aber sie reagiert sehr sehr stark gerade auf sonne das ist etwas was ich als ganz neu empfinde weil ich bin durch meine asiatischen wurzeln eigentlich noch nicht so stark dazu geneigt dass ich einfach wegen sonne ausflippe oder so das ist eigentlich gar nicht so aber ich muss sagen die creme hat doch ein spf von 30 die wird doch definitiv mit nach teneriffa gehen ich freue mich auch wahnsinnig nach teneriffa ich habe noch drei wochen deswegen haben wir auch schon hier angefangen baby sachen zu kaufen weil ich sage euch ehrlich ich hatte so schlechte zeiten jetzt dreieinhalb monate dass ich mir ehrlich gesagt gar nicht sicher bin wie es zum ende der schwangerschaft aussieht es wird auch anstrengender und ich hoffe unserem kind geht es gut und ich bin auch bis jetzt super 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 zufrieden also jetzt ist es wirklich so dass ich es langsam anfangen zu genieße schwanger zu sein und auch mich gerne mal umgucke und jetzt auch wieder diese energie wieder rein kriege praktisch mich auch fertig zu machen trotz allem bin ich super froh diese creme entdeckt zu haben weil ich habe bis heute wie gesagt eine sehr sehr super foundation und zwar für jeden der auch ein bisschen sonnenschutz möchte die physicians formula the healthy foundation und zwar könnt ihr die bei rossmann online bestellen oder halt ich glaube bei beauty bay oder bei douglas gibt es mittlerweile auch da zahlt ihr 11 euro bei 20 prozent und das ist wirklich ein toller dupe dazu das ist einfach so eine so eine creme und ihr seht die wird erstmal grün und dann wird sie durch diese wärme in eurer haut praktisch wird es dazu dass ihr praktisch so eine art make up kriegt dann arbeitet ihr die schön ein und dann macht ihr so wie ich jetzt hier einen bronzer highlighter und ein bisschen lippenstift oder labello und ihr seid gut to go gut to go ist auch etwas was ich sehr sehr wichtig finde gerade und zwar habe ich von der lieben ali da diesen tipp gekriegt von dem essence liquid ink und zwar in waterproof schatz das war der shit sage ich dir weil das ist wirklich ein super lifesaver sage ich euch weil momentan die hitze also ich weiß zumindest dass ich zum beispiel in tenerefa sehr wenig make up tragen werde ich werde jetzt nicht unglaublich viel tragen weil das ist auch sehr schön für eure haut wenn ihr gar nichts tragt und dann habe ich noch die you better work volume and curl mascara gym and waterproof das ist meine waterproof mascara die ich jetzt wieder nachgekauft habe die ist super schön die hat eine ganz tolle bürste highlighter des todes an der hand und ich habe dadurch wirklich super gute wimpern obwohl ich eigentlich voll die krüppelwimpern habe und leute das war der erste teil meines hauls ich versuche die videos jetzt nicht mehr so lang zu machen weil ich einfach denke dass ihr danach irgendwann abschalten werdet ähm wie gesagt ähm ich verlinke euch so gut es geht unten die produkte rein bzw die shops wo ich es her habe äh beautybay zum beispiel ist sehr viel high end ihr bekommt aber zum beispiel auch wet and wild dort und so sie sind halt nur nicht mehr cruelty free ich möchte halt eigentlich so weit es geht cruelty free bleiben aber zum beispiel l'oreal ist halt was wo zum beispiel super geile concealer hat zumindest habe ich den l'oreal infallible concealer durch elf cosmetics das ist das letzte teil was ich euch noch zeigen möchte ich habe mir einige backup meines elf 16 hours camo concealers geholt das ist mamas lifesaver sage ich euch denn dieser concealer ist so dick und so schön cremig dass ihr den wirklich super ausblenden könnt und ähm ich hoffe wie gesagt dass der erste teil euch wahnsinnig viel spaß gemacht hat bitte nicht vergessen mal ganz krass hier unter den kommentaren zu eskalieren ähm ich möchte auch dass die views ein bisschen mehr werden weil ich weiß dass es zwar sehr blöd war von mir den kanal zu vernachlässigen aber das hat ja auch gesundheitlich und arbeitslos technische gründe jeder der in der pflege arbeitet weiß dass es halt sehr sehr schwierig ist manchmal immer allem gerecht zu werden aber ich hoffe wie gesagt dass ihr da wahnsinnig viel spaß hattet und ich hoffe dass ihr morgen einschaltet beim beautyball nummer zwei ciao leute